Hallo Leute, ich bin's aber wieder, der Chris und heute gibt es mal ein erneutes Video von mir. Diesmal ein sehr kurzes, knackiges Video, was besonders für diejenigen interessant werden könnte, die auf YouTube aktiv sind und das ein oder andere Gameplay von der PS4 auf YouTube zeigen möchten. Und zwar handelt es sich heute hierbei um die HDCP-Verschlüsselung, also das Verschlüsselungssystem für die HDMI-Schnittstelle, die ja längere Zeit bei der PS4 standardmäßig am Start war und man konnte das leider nicht umgehen, außer man hatte ein HDMI-Splitter. Ja, damit konnte man das Ganze auf kuriose Art und Weise umgehen und konnte dann Gameplays aufnehmen. Jetzt aber kann man das Ganze deaktivieren und zwar geht ihr dafür einfach mal, ja, vom Menü aus natürlich auf den Punkt Einstellungen, dann auf System, das hier ist ein wenig weit unten, ja, da haben wir es, System und dann könnt ihr hier, bei dem Punkt HDCP aktivieren, das Häkchen entfernen, falls es bei euch noch vorhanden ist und dann könnt ihr ganz gemächlich mit eurer Elgato oder mit irgendeinem anderen externen Aufnahmegerät eure Gameplays aufnehmen und dann natürlich auch dementsprechend auf YouTube stellen oder auf irgendwelche anderen Plattformen. Ja, ganz simple Sache, nichts Kompliziertes kann man ganz einfach, ja, hier einstellen, wie gesagt, bei Einstellungen, System und dann deaktivieren bzw. das Häkchen wegmachen und das war's. So einfach geht das, ja, ziemlich einfach, ja, und von daher hoffe ich mal, dass das dem einen oder anderen ein wenig weitergeholfen hat und von daher würde ich mal sagen, ciao Leute, man hört sich eventuell beim nächsten Mal.